Premiere des Dramas Extremely Loud and Incredibly Close, in dem für den Oscar nominierten Film lernt ein Junge mit dem Verlust seines Vaters umzugehen. Mit dabei Max von Südow, bekannt aus zahlreichen Ingmar Bergmann Filmen. Kino für die Kleinen, die Generation K Plus eröffnet mit Die Kinder vom Napf, einem Dokumentarfilm über das ungewöhnliche Leben von Schweizer Bergpauern, Kinder.